Ja, Dudley mit 3. Für 3. Ja, wir spielen immer noch gegen Portland. Nächstes Mal werde ich es nicht auf 15 Minuten splitten. Ach man, das läuft aber auch nischt. Wirklich nischt. Trotzdem stehe ich nur auf dem A- immerhin. Ach Gott, ja, natürlich. Ist klar, ey. Ach man, was hast du denn für ein Scheiß-Problem als Scharfschütze, ey. Ja, Foul und Entworn. Na komm, nasset Schnürkel bei Ihnen. Ja. Hm, man, ey. Er wollte gegen die Fallen tun. Ja, immerhin. Hier außen. Mann, er trifft ja nix. Überhaupt nix. Als Scharfschütze, ja. Aber dringend Zeit, dass hier die Attribute ein bisschen ausgebaut werden, ey. Ja, na klar. Der McCallum, der kommt irgendwie von einem anderen Stern heute, oder was? Er spinnt doch, alter. Weiter. Bitte. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ja. 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 Mann, spiel mich doch noch mal an, ey. Nee, da wirft er lieber. Da hat er total ein bedrängendes Vogel. Ja, die Fans könnt ihr euch sparen. Ja, der ist auch drin. Wusste ich. Alter, die können ja auch hier, die haben hier gerade drei Currys auf dem Feld, oder was. Der Lillard, McCulloch und hier der komische Vogel von eben, der hier abgehoben ist. Egal, wer da wirft, die trifft mir ja alles von außen gerade. Beziehungsweise das ganze Spiel schon, ey. Na komm, ey. Wechsel mich doch aus, bitte jetzt. Der nächste Dreier. Dachte eigentlich so nach den Siegen gegen Golden State und gegen Clippers, dass es da ein bisschen bergauf geht, aber ich hoffe, das hier ist eine Ausnahme. Oh, geht doch. Mann, was jubelt ihr denn da so, Alter? Wir liegen hier mit 35 Punkten hinten und die feiern da, als wenn sie gerade irgendwie... Gott. So. So, nimmst du mich raus? Nein. Geht doch. Drei von elf, man, wirklich nicht sein Tag. Leute. Das waren jetzt nicht alle Würfe so scheiße, dass man sagen muss, oh mein Gott. Aber gut. Oh, nein. Ja, 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 ja. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ich hab da nur einen Foul gesehen, aber ist okay. Look at that. They might have missed this fall or that fall. And that's the human aspect. But you can't miss. I don't understand the players in the future. I am. Out. One day. Ja, was soll ich da machen, kriege ich defensiver Kollaps, wenn ich jetzt hinterher rennen kann ich auch nicht. Wow. Hm. Dann bin ich eben mehr der Vorlagengeber, okay. So langsam im Moment mache ich den Eindruck, vielleicht weil das Ende des Spiels jetzt schon ist. Ja gut, ich will mich nicht beklagen, wir haben ein mieses Spiel, immerhin noch 11 Punkte, 6 Assists. Ja. Okay, also was geht jetzt also auch, dass man sich gegenseitig über einen Haufen rennen kann. Ja, okay. Muss man ja erstmal wissen. Oh, ich hoffe man hört die Waschmaschine im Hintergrund nicht so laut. Ich werde mir die nächste Nummer ein ordentliches Headset kaufen mit einer Rauschunterdrückung, damit man solche störenden Nebengeräusche im Hintergrund nicht mehr wahrnimmt als treuer Zuschauer. Oh. Und der Grab. Komm hier, gib mir mal einen. Scheiße. Wann jetzt hat der schon wieder, wenn man immer auf Pass anfordern drückt, zwei, drei Mal aneinander. So wie jetzt wieder und dann, ja, dann passt der nochmal. Ja, nicht den Chandler genau, ich bin da ganz außen, hat mich im alten Teil immer schon aufgeregt ey. Man muss dann wirklich immer R1 drücken, um dann die Taste auswählen zu können. Man muss es leider zu häufig machen, ja. Aber man hat nicht immer die Zeit dafür, dann noch R1 zu drücken und dann noch die Taste. Hä, Mann, 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 Mann. Meine Fresse ey! Eine Klatsche ist das hier?! Ja, was für eine? war schön dass er mich bei dem bei dem schlechtesten spiel am längsten spielen ist da können ja die versager machen hier außen ach man leck mich doch alter aber die muss sich nehmen ganz ehrlich der war an sich gut geworden ich hätte ich mir noch eine sekunde mehr zeit lassen können aber der schnellste ist ja nun nicht gerade ja dann holt er sich auch nur in liebe und ja 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 Vielen Dank.